hallo hallo ja ein gruß aus meinem atelier insel rügen ganz speziell der platz heute hier eine kleine vorstellung meines mal kurses abstrakte freie malerei ja wir sind hier an einen ganz besonderen platz hier bei gabora direkt haben wir hier die marina vor der tür es ist so wunderschön da gibt es die insel hittensee und wir sind ja hier bei gabora das gehört ja der weinland dazu und wir malen hier direkt vor der tür auf dieser herrlichen grünfläche wie gesagt mit blick auf die marina und freie abstrakte malerei bedeutete dass ihr euch hier richtig locker machen könnt ihr könnt euch ausprobieren alle materialien die ihr habt könnt ihr mitbringen alles was er spaß macht alle pinsel egal was alle farben acrylfarbe ölfarbe dusche aquarelle grün für die sprayer vollkommen abgefahren können wir sein und frei ihr könnt malen mit den händen mit den füßen mit dem rücken von mir aus was passiert das passiert wichtig ist spaß 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 dieser mal kurs ist mein lieblings mal kurs weil die jahreszeit im august ist so toll 18 und 19 die welle des tourismus ist schon gebrochen es sind nicht mehr so viele leute auf der insel und wir haben dieses tolle umfeld ich finde das ist immer auch ganz wichtig formate egal kleine formate mal hier ich habe hier ein paar beispiele was man alles nur mit farbe machen kann große formate auf leinwand auf papier wie ihr wollt ihr könnt euer strand gut verwenden alles was ihr am strand findet können wir mit einarbeiten so dieser kurs ist das highlight für mich im jahr weil dabei habe ich immer so viel spaß wenn dann am abend zum sonnenuntergang die sind klasse im august und zur sonnenuntergänge hier die bildbesprechung läuft wir sitzen zusammen bei einem gläschen wein der eine ist eine auster der anderen paar tapas und das ist ars vivendi bucht den kurs es sind nur sechs plätze wenn es nicht klappt tut mir leid ich setze euch aber gerne auf eine warte liste und ihr wisst ja hier bei kaboras art geht immer die poste also viel spaß beim groß bis dann euer kann die kaborer bis zum nächsten mal